Guten Tag, aus dem Namen von Friesland Campina nenne ich Ihnen herzlich willkommen bei Latice. Friesland Campina, ein Unternehmen von über 150 Jahren Kenntnis in die Milchwirtschaft und Latice introduziert in 2015, nach sieben Jahren Entwicklung, und das haben wir nicht nur alleine gemacht, das haben wir gemacht mit Barista, das haben wir gemacht mit Gastronomen, mit Kaffeeröster, mit Händlern und auf diese Art und Weise haben wir jetzt schon über 11.000 Unternehmer in Westeuropa, die mit Latice arbeiten. Die perfekte Lösung für perfektes Milchschaum. Und die Grundlagen für den Erfolg von das Latice-Konzept sind, Latice serviert Qualität, spart Zeit und steigert den Umsatz. Und jetzt lasst uns das in Praxis zeigen. Da haben wir die Latice-Packung, die ist geöffnet, den Karton und dann sieht man hier den Auslauf. Gesichert an der Hinterseite mit dieser orangen Sicherung, die holt man ab und dann kann man eigentlich die Packung schon sofort gebrauchen. In dieses Schaummodul, da kommt die Milch mit dem warmen Wasser und die Luft, kommt da alles zusammen und da passiert das größte Geheimnis von Latice. Die Milch kommt niemals in Berührung mit dem Barista und die Milch kommt auch niemals in Berührung mit der Maschine. Und wenn wir das alles zusammennehmen, mit auch noch dabei, dass die Maschine reinigungsfrei ist, dann haben wir eigentlich ein größtes Teil von das Latice-Konzept erzählt, von der Packung und der Milch. Und wenn wir die Packung in die Maschine platziert haben, sehen wir die Packung. Und wenn die Packung reingeht, ist diese Kopflung geöffnet. Wenn die Packung reingegangen ist, an der Hinterseite aufs Wasser angeschlossen, schließt man die Kopflung. Und jedes Mal, wenn man die Kopflung schließt, fragt die Maschine für eine Spülung. Und die Spülung, das ist eigentlich auch die Reinigung Ende des Tages, ist nur 8 Sekunden heißes Wasser durch den Auslauf, um 100% Hygiene zu garantieren. Wenn die Spülung stattgefunden hat, morgens oder mittags oder abends, kann man die Maschinen sofort gebrauchen. Und die Einstellungen von den sechs verschiedenen Möglichkeiten, die man an der Vorderseite sieht, in diesem Fall ein Cappuccino, ein Milchkaffee, ein Latte Macchiato. Nur mit einem Drück auf den Knopf kommt da die perfekte Menge von Milch und Schaum raus. Und das Tag für Tag, von Montagmorgen bis Sonntagabend, jedes Mal die gleiche Qualität. Wenn man auf den Knopf drückt, zum Beispiel in diesem Fall mit dem Latte Macchiato, wird das warme Milch und das Schaum produziert und wird in fabelhafte Qualität im Glas kommen. Und wenn die Dosierung der Milch und Schaum fertig ist, können wir das schon wegnehmen bei der Maschine und in gleicher Zeit produzieren wir den Espresso. Und wenn wir die Milch für den Latte Macchiato präpariert haben und wir haben den Espresso fertig, können wir den Espresso raufgießen. Und was dann passiert, es ist wirklich fabelhaft. Die Leute werden sich staunen über die Qualität und Visuelles von den Latte Macchiato. Und wenn wir jetzt gut gucken, sehen wir drei großartige Schichten von Schaum, Espresso und warme Milch. Sind Sie auch so begeistert und möchten Sie Ihren Umsatz steigern? Fragen dann ein unverbindliches Demo an für Ihren Standort.